Ich bin in der Zwischung. Oh, Christinger. Drei. Winze? Ja. Die Schaden brauchen zu leider. Die so weit ist, Pfingudible ist zurückzukommen. Und die Schaden brauchen zu leider. Die meisten sind ja rum. Schöne, Timo, Kilowahlweg, Leck, 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 Leck. Leningu der Leck, Leck,rendre nach, Leck, 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 nonsense. Wir sind auch nicht in der Position, kein Lander. Oh, das ist ja auch nicht. Hier soll es ja auch noch machen. Die Hubbard ist perfekt. Au! 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 Oh mein Arsch, du weh! Die war aber echt scheiße, Gellander. Die war richtig durchgesackt. So, Herr Gregor, ne? Jetzt geben sie mal einen Kommentar dazu ab. Ich hab alles auf Band. Die war echt scheiße, Gellander. Die war voll verkackt. Guck mal in die Kamera, bitte nach rechts. Ich hab jetzt nicht die Kamera gesehen, das ist mir unangenehm. Da sind wir zum Schluss irgendwie gerade durchgesackt. Oh, richtig. Ja, richtig scheiße. Ich hab's gemerkt. Oh, das wird hart. Baby! Mal gucken, was die Christina jetzt sagt. Was war das denn? Ne, war einfach scheiße. Keine Ahnung. Das war ja auch 2 Meter durchgesackt. Ja, das war's auch. Hey, die mussten heute richtig schneller fahren. Also, weil die Fahrt baut sich ja massiv ab. Ich war zu schnell. Was heißt denn zu schnell? Ich war zu schnell. Ja, ich wollte mich nicht verfehlen.